Ahooo, liebe Schild, mein Wikinger, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Night of the Dead mit euer Merrick Vikings on und dem Grandelbad. Und ihr seht schon, es ist 17 Uhr, ich habe ein bisschen was gemacht und zwar habe ich ein paar Sachen, ich habe ein bisschen umgeräumt und dann habe ich was rausgefunden, während ich eine Mods gesucht habe, ich habe da gar nicht dran geguckt. Wenn du hier stehst, mit dem Hammer, an der Kiste steht da Upgrade. Jetzt habe ich da drauf geguckt, hier steht gerade Reparieren, weil es nicht repariert ist, aber hier haben wir eine neue Kiste gebaut, Upgrade. Dann drückst du drauf, siehst du, was du brauchst. Dann hast du diese Kiste, ich habe das jetzt euch schon mal gezeigt, weil das sind einige Materialien, die kannst du dann auch wieder upgraden, ja. Mit diesen Materialien, um die zu bekommen, das ist dann die letzte Stufe. Guck mal an, das ist doch Platz. Ja, ich habe jetzt auch hier, wie ihr seht, ein Lager für uns gebaut, das heißt, wenn du hier reinkommst, hier war eigentlich die ganze Base, hier haben die Kisten gestanden und das habe ich neu gebaut, das wird unser Lager, weil ich möchte oben auch dann richtig geile Bete machen, hier kommst du dann hoch, ich werde die Küche auch hier oben hin bauen, hier geht es dann weiter, hier ist eine Abschottung, hier geht eine Tür raus und das hier alles, ja, soll im Endeffekt Bete werden, mit ein klein bisschen Sicherheit, das heißt, hier werden ein paar Maschinengewehre stehen und so weiter, vielleicht werde ich hier oben drauf dann auch die Windräder stellen oder vielleicht hier unten in der Seba da. Heute ist auf jeden Fall erstmal, habt ihr gestern gut ausgehalten, übrigens, danke nochmal, aber das habe ich gebraucht, das alles wegzumachen. Wir gehen heute looten und zwar gehen wir heute in die Siedlung, looten und mal ein bisschen Sachen auffüllen, dass wir mal ein bisschen was bekommen, das haben wir uns nämlich verdient. Dann habe ich eingestellt die Zombies-Spawn-Rate, ich habe die leichten Zombies auf 60 Minuten gemacht, die waren Standard auf 120, also alle 120 Minuten, während die Zombies wieder gespawnt, das war mir zu wenig. Ich habe 120 bei den Starken und bei den Riesen eingestellt, die waren auf 600 Minuten und bei den leichten, die kleinen, die kommen alle Stunde ordentlich neu, dann haben wir auch hier mal ein bisschen Action, wenn wir hier so reingehen in die Siedlung. Alles andere habe ich erst mal so gelassen, gucken wir mal, ob es geht. Wie gesagt, die Welle alle 10 Tage, heute Nacht wird auf jeden Fall keine Welle kommen, ich denke mal, das werden wir sogar noch sehen, dass wir dann schöne Nachtausflüge machen können, das finde ich schon mal ganz gut. So, und dann will ich auf jeden Fall unser Lager aufmunitionieren, den anzubauen, dass wir jetzt mal so ein bisschen Stück für Stück rankommen. Und jetzt gehen wir auf jeden Fall hier, looten, das haben wir schon gelootet. Alles, wo zerstört, dran steht, waren wir schon mal dran, haben gelootet. Wir gehen jetzt links rum, da waren wir Stück für Stück die City hier, bis sie gelootet ist. Und dann gucken wir mal rein. So, erstes Haus, es wird jetzt auch gleich dunkel. Wir gucken schon mal rein hier. Ah, da hört man sich schon. Die sind auf jeden Fall da. Machen wir mal die Tür auf. Grüß dich. Der war aber super daneben, Krantl. Ich bin aber auch sehr zufrieden mit der Stärke. Die, die Zombies jetzt an den Tag legen, also die sind jetzt nicht zu leicht. Und auch nicht zu schwer. Bis auch die, die halt wirklich schwer sein sollen. Das passt mir eigentlich ganz gut. Sehr gut. Wie gesagt, weitergebaut habe ich nicht. Ihr seht schon, den Drahtverbinder, das machen wir zusammen. Jetzt können wir aber erst mal looten gehen hier. Und das finde ich ganz gut. Wasser und Bohnen. Sehr gut zum Essen. Da kommt jemand. Guck mal. Das seht ihr jetzt gar nicht. Ich mach das mal so. Ich würde sagen, wenn wir looten gehen, machen wir das so. Wenn wir uns draußen bewegen, nämlich die andere Einstellung. Oh, jetzt musst du sterben. Ey, die Mädels haben es echt in sich, ne? So, gucken wir mal rein hier. Nägel und Eisenbahn, sehr schön. Also ich finde, der Loom ist jetzt nicht so OP. Hier, das können wir alles gebrauchen. Hier hängen. Hier, Pfeiler hat es geverschlossen. Jummi, jummi, jummi. So. Hier, wer ist da links? Ist hier jemand drin? Noch mal zu. Cool finde ich es, dass wir die Türen dann doch aufmachen können. Das war schon ganz geil. Jetzt müssen wir mal gucken, ob man da uns... Gucken wir mal. Baseballschläge. Oh, den würde ich aber gern testen. 54, was macht das Ding? Sehen wir jetzt gerade nicht. Ich muss draufklicken. Ne, ich muss raus aus dem Menü. Komm mal her. Ne, das sehe ich doch nicht hier unten. Das sehe ich hier oben. 53, 33. Der ist nicht schlecht. Den würde ich gerne mal testen. Einfach mal ziehen wir den einfach hier runter. So. Ihr nehmt natürlich alles mit, ne? Jedes Haus, was jetzt durch ist, wird natürlich mitgenommen. Noch mal rein. Voll. Sehr, sehr cool. Aber ich finde es gut, dass wir das rauskommen haben mit den Kisten. Da brauche ich keine Motze nehmen. Das wollte ich nämlich sowieso nicht, aber... Das für die Kisten wäre schon wichtig gewesen, ne? So. Schöner, kleiner, knackiger Lootausflug. Das ist in Ordnung. Jetzt wird es auch dunkel. So. Wenn mal. Da musst du... Ist natürlich auch ein geiler Move hier. Waren wir hier schon drin? Das ist gerade gar nicht. Aber hier sind nur Wetten. Ist in Ordnung. Grantl. Weiter geht's. So. Der Tausend ist gelootet. Gehen wir gleich nach links zum Nachbarn. Guck mal natürlich alles an. Zerstören. Das kann ich nicht wegen den Schrauben stellen. Den würde ich natürlich auch gerne haben. Dann demnächst... Guck mal die Garage ist ja auch cool. So. Mal gucken, ob keine Alarmalage angeht heute. Das wäre gar nicht mal so ungünstig. Die Schocks sind 50-50. Das jetzt wieder quietscht. Jawohl. Die Teile brauchen wir, um die Rüstung aufzuwerten. Um die Kisten aufzuwerten. Hier drinnen. Da steht einer. Da muss ich aber auch treffen, Grantl. Der war okay. Solange das nur einer ist, ist das in Ordnung. Der ist auch sehr gut. Hier ist nichts, ne? Also nicht viel. Jetzt wird es langsam dunkel. Holzbrett, Ziegel. Sehr gut. Müssen wir aufwerten. Ich will über unserem Lager. Die Flächen. Oh wow. Leute, mit euch habe ich jetzt nicht gerechnet. Also über unserem Lager. Die Flächen möchte ich gerne Ziegelsteine haben. Das kann ein bisschen die Steinoptik ausgucken, ja? Boah, bis der anfängt zu sprinten hier. Unser Grantl. Vergeht ein bisschen Zeit. Hier, die Mopsigen haben es auf jeden Fall in sich. Da haben wir einen guten Loot. Mal gleich mal reinkommen, was wir da gekriegt haben. Forschungspapier. Gummling. Was sind wir hier schon? Okay, Stromfalter haben wir nur gekriegt hier gerade. Weißt du, wenn ich hier gerade am Gucken bin, wäre das nett, wenn der mich einfach mal gucken, äh, machen lässt. Uh, überlegen. Minus zwei, minus vier. Wir sind halt schneller. Ich weiß nicht, was das Minus ist oder nicht. Ob das, äh. Überlegen. Ich ziehe die jetzt einfach mal an. Ich will das jetzt einfach mal wissen. Weil da weiß ich es jetzt noch nicht so, wie sie das meinen. Ich dachte immer, das wäre dann so, was du gerade anhast. Und dann, halt wie halt auch bei 7 Days to Die, ne? Wenn du da jetzt dann anguckst, okay, pass auf. Die sind im Schaden besser, aber in der Bewegungsgeschwindigkeit schlechter als die, die ich jetzt habe. Und das sieht jetzt so aus. So hätte ich es jetzt genommen. Ich würde es mir auch so herziehen, ob das so stimmt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Könnte ja gerne mal schreiben, ob das so ist. Ob ich das so richtig verstehe. Oder wie ich diese Minus und Minus Dexter zu nehmen habe. Dann kann ich nämlich demnächst mal gucken, was ich dann so loote, ja? Müssen wir da nicht so ganz flyend reingehen. So, das haben wir auch. Hier ist alles weg, hoffe ich. Ich habe immer noch das Gefühl, dass hier oben noch einer ist. Also Loot ist eigentlich okay. Der ist eigentlich okay eingestellt jetzt. Ich habe da auch nichts verändert. Vielleicht hat sich das jetzt auch mal... War das auch ein Bug? Boah, jetzt wäre es fast runtergefallen. Die Löcher hier drinnen, ne? Ich denke mal, das liegt dann daran, dass du hier drinnen dann auch bauen könntest, wenn du das willst. So, ich hoffe halt nicht... Oh, guck mal. Sehr schön. Jawohl, es läppert nicht noch zusammen. Sehr, sehr cool. So, dann sind wir jetzt hier auch durch. Haben wir das nächste Haus geschafft. Da waren wir dran, ne? Sehr cool. Geht mal den ganzen Grab hier noch holen. Super. So, dann haben wir das. Da gehen wir jetzt dann morgen rein, würde ich sagen. Gehen wir da jetzt rein. Komm, das machen wir noch. Haben wir denn? Oh, wenn sich so ein Rohr anhört... Jetzt sieht man das Pieper aus. Hört sich an wie eine Schlankwand. Oh, da höre ich rein. Gehen wir kurz erstmal draußen alles freimachen. So lange wir Platz haben, dann machen wir das rote Häuschen noch hier. Wir hören ja dann, wenn sie rauskommen. Und dann haben wir doch schon wieder was hinwegt. Oh, ne, die kriegt hier. Oh, hier. Oh, hier. Ah, hier wollen die grünen. Halt, der Lappen. Unge. Hallo? Ey, die grünen haben es dann doch schon so ein bisschen in sich, ne? Machen wir wieder mal zu hier. Schön eingerichtetes Häuschen. Es ist viel zu ruhig. Ich hätte dich fast nicht gesehen, Junge. Aber nur passt. Im Mondschein hast du leicht geleuchtet. Deswegen habe ich dich gesehen. Wo er sein Geheimfach hat. Die Nägel und so, das ist super. Oh, hier ist aber ein guter Loot, glaube ich. Einmal davon. Brauchen wir uns nicht zu beschweren. Brauchen wir alles nicht. Alles, was wir finden, brauchen wir nicht herstellen. Das ist sehr gut. So. Hier ist alles ausgedünnt. Okay. Da hätte ich jetzt echt gedacht, wir haben einen Schraubenschlüssel brauchen. Es ist eine Platte, Plastik. Sehr gut. Oder muss ich aufpassen? Das habe ich, glaube ich, die letzte Zeit übersehen. Habe ich gar nicht reingeguckt. Kühlschrank. Voll. Digga's. Was für ein Pool. Ah, dass ich die Schränke nicht looten kann. Ist aber okay. Das wäre sonst too much loot, glaube ich. Die Bann hätte ich jetzt gerne mitgenommen. Komm, gehen wir da rein gucken. Oh. Ist er blühe? Ich glaube, der war mehr geschockt als wir gerade. Das hast du nicht richtig gesehen. Dem ist ja die Kindlade runtergefallen. Okay. Munition. Sehr gut. Dann sind wir hier fast. Ne, sind wir gar nicht. Hier sind die nächsten drei. Boah, das Haus ist auf jeden Fall super. Was Loot angeht. Schönes Gebäude. Wir haben noch Platz. Mach mal wieder zu. Sü. Hat er sich verdient. Sogar ein unteres Fach im Schreibtisch. Was? Wie oft habe ich das bestimmt schon versehen? Hier ist gar keiner drin. Damit hätte ich jetzt gerechnet, dass hier definitiv welche drin sind in der Garage. Aber, okay. Munition. Sehr gut. Also für unsere Waffen brauchen wir übrigens die Waffen, äh, Kurzwache und Maschinenpistole. Wenn wir die finden, ist alles super. Also Kurzwache und Maschinenpistole, das sind die für die Waffen, die wir ausgerüstet haben. Hier ist auf jeden Fall schon mal fertig gebaut. Gehen wir gleich hier rein, nochmal gehen. Na da. Einer ist hier. Okay, für den Loot, der hier drin ist, sind aber wenig Zombies da. Ah, jetzt werden wir auch langsam voll, aber hey. Guter Lootausflug. Haben wir viel bekommen. Leder ist sehr, sehr gut. Können wir die Kisten noch aufwerten. Jawohl. Müssen wir demnächst auf Zement bauen. Das habe ich ja im Giesenstein und so weiter. Da gehe ich dann demnächst erst mal farmen. Holz holen. Steine holen. Das mal bitte auffüllen. Und dann so Stück für Stück rankommen. Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall auch super, was die Zeitanstellung angeht. Dass ich jetzt weiß, ey, es kommt jetzt nicht in vier Stunden die Horde. Du kannst hier Zeit lassen. Du kannst hier rumlaufen mit euch. Das ist ganz wichtig. Das kriegt man noch mit super cooles Gebäude. Eventuell werde ich die Anzahl der Zombies noch ein bisschen nach oben stellen. Ja. Dass ein paar mehr Zombies hier sind. Das ist doch schon, für so ein Lootgebäude ist das doch schon ein bisschen sehr wenig. Muss ich sagen. Aber für jetzt ist es erst mal okay. So. Weiter. Ist es zu, ne? Ne, hier geht es auch rein. Ey, guck mal. Hier sind wirklich kaum Zombies. Das waren jetzt drei Zombies hier drin. Das müssen wir auf jeden Fall ändern. Dann müssen wir ein paar mehr Zombies hier spawnen lassen. Das geht schon. Stück für Stück die Einstellung oben schrauben. Ist hier jemand drin? Mal hin hier. Also hier waren drei Zombies drin. Oh, was hast du denn hier? Kettengriff. Ein Griff für Nahkampfwaffe. Kann an Geräten am Hand gemacht, angebracht werden. Erhaltung Teilebox. An An Geräten. So heißt es jetzt, ich könnte das jetzt an meinen Baseballschläger anbringen oder was? Habe ich so noch nicht raus. Ne. Materialbeschaffung, Buchse. Das ist mit der Buchse ja noch nicht raus. Da gibt es noch so viel, was wir... Ja, guck. Jetzt, okay. Also hier die Keule dran, ja. Und das hieße dann, ich kann den hier dran bringen oder was? Und dann habe ich eine Buch... Und das geht dann jetzt auch mit den... Jetzt habe ich keine mit den Spulen dann. Schließen. Und jetzt ist das Ding noch stärker oder was? Keckengriff habe ich dran. Oh, warte mal. Wenn das jetzt so... Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist. Das ging doch aber auch... Boah, ja. Habe ich das doch schon öfter probiert oder gibt es da persönliche Waffen? Geht das auch mit der Waffe? Wenn ich jetzt zum Beispiel die Waffe da reinziehe? Ja, tatsächlich. Und dann kann ich anbringen, was da drin steht oder was. Das heißt, hier könnte ich jetzt so anbringen... Elektroschocker, Säge, Klemme, Luftverstärker, Stromerzeuger. Okay. Und das kann ich hier bei den Klamotten auch? Das geht nicht. Okay. Nee. In der Spitzhacke? Könnte ich jetzt auch zum Anringen. Und das macht eine Angriffsgeschwindigkeit von 5. Coole Geschichte. Ich würde mal kurz den Basie jetzt auffesten wollen. Wenn die Geschwindigkeit schon so heftig sein soll. Warte. Warte. Okay, der Schlag ist stark. Komm, wir gucken mal hier in den Wohnwagen rein. Vielleicht ist ja einer drin, ne? Bruder, ich hätte schon Bock drauf. Da kommt gar keiner. Wann ich da hoch? Nee. Schade. Da ist keiner drin. Ich würde jetzt gerne mal einen Zombie mal sehen, kurz. Komm, den suchen wir uns jetzt mal schnell. Irgendeiner wird bestimmt noch mal sein. Ja, guck mal, die Gast ist viel zu näher. Da müssen wir auf jeden Fall ein paar Zombies noch kommen lassen. Dass wir hier so ein bisschen richtige Action kriegen. Ja. Haben wir hier Gummi. Nehmen wir natürlich mit. Den alten Gummi. Wer hat denn der, wer den wohl gebraucht hat? Da steht einer. Da steht einer. Ein Mobso. Es sind jetzt zwei. Ja, kommen die zwei Mobso's, machen wir. Da steht aber auch einer. Vielleicht krieg mal den hier gepullt. Geh mal runter. Die Hocke. Da waren wir schon dran. Nimm ruhig mit. Da kommt er. Jetzt haben wir sie alle gepullt hier, oder was? Ja, klasse. Aua. Okay, der war gut. Bei den Großen. Kennt ihr jetzt, oder was? Ne. Der ist okay. Zwei Schläge. Aber drei Schläge auf den Kopf. Der war nicht schlecht. Der Baseballpatt ist schon gut. Ich glaube, wenn wir den richtig aufmunitioniert haben und aufgepullt haben, da geht einiges. Das ist cool. Okay. Sehr cool. Merken wir uns. Ihr Lieben, dann sind wir hier durch. Schön, wunderbar. Was? Guten Loot gefunden. Wer kann das noch mit? Hinten. Jetzt geht die Alarmalage an. Pass auf. Ja, das ist ein Schneegausch. Ein Schneegausch. Den kannst du dir gleich nochmal nehmen. Komm, ich esse nochmal ein paar Bohnen. Sehr gut. Dann gehe ich nach Hause. Ja. Einmal schön gelootet, Leute. Hat mir gefallen. Siehst du, ich sehe noch gar nicht das Base-Zeit. Das muss man auf jeden Fall mal aufbauen. Jetzt kannst du erstmal wegpacken hier. Bist du auch ein bisschen schneller. Ah, der Escape rum leuchtet. Ah, guck mal. Hallöchen. Wird ich fast wieder nicht hier sehen. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Ich bin jetzt hier alt. Oh, Entschuldigung. Wer ist, Rampes. Oh. War was bekommen? Ich bin, glaube ich, noch nicht fertig. Noch ein Schuh. Jetzt sehen wir, dass das sind die hier. Ne, das war mein Knüppel. Oh, Entschuldigung. Mein Gott. Dann sind die doch besser, weil die haben drei Slots. Oder? Weil die haben nur zwei Slots. Ich nehme die jetzt hier und drei Slots. Ich mache das jetzt nach Slots. Wie gesagt, ihr könnt ja mal gerne reinschreiben, ob ich das richtig verstehe oder nicht. Aber es sieht schon aus, wo mal die Zombies sind gespawnt wieder. Jawohl. Dann kriegen wir den nächsten Action. Was ist denn jetzt los? Beine Güte. Entschuldigung. Vielen, vielen Dank. Jetzt gehen wir mal kurz gucken. Das Coole ist, man hat keinen Spawnschutz hier. So, den haben wir weggemacht. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt nach Hause. Aber dann lohnt sich das auch mit unseren Fallen, die wir dann auch bauen wollen. Da ist ein Schreihals. Den müssen wir auf jeden Fall wegmachen. Aber ich denke mal, hier wird nichts mehr passieren. Gut. Können wir hier eventuell eine Treppe bauen. Wir könnten eine Kiste bauen. Da haben wir einige Sachen da. Eine Treppe. Eine Treppe würde ich ja jetzt noch fühlen. Was fehlt uns denn für die Treppe? Baumstamm und Ranken. Gibt es die Schreie. Ihr Lieben, wir sind zu Hause. Dann gucke ich mal ganz kurz, ob ich das Fernchen noch bauen kann. Das würde ich sogar irgendwo vielleicht hier an die Treppe oder so. Oder vielleicht hier. Ja, hier daneben will ich eigentlich, will ich da was hinbauen. Ich weiß es gerade noch gar nicht. Das wollte ich nicht haben. Ich wollte die Fahne bauen. Was sind die gewesen? Hier. Da fehlen uns kleiner Stein und Ast. Ja, dann mache ich das spät. Blümchen brauchen wir erstmal noch nicht. Oben, das richten wir uns dann schön ein. Hier haben wir ein Bett. Das werden wir uns auf jeden Fall auch noch bauen. Ins Vorpunkt. Das machen wir morgen in der Folge. Teppich gibt es natürlich auch noch. Und dann freue ich mich, wenn wir hier in die Geschichte reinkommen. Batterie. Fallensteuerung. Ach, das wird cool. Das wird cool. Hier, das sind diese elektrischen Fallen, ne? Stachelwerfer. Greift Gegner automatisch an, falls sie mit dem entsprechenden Projektil geladen sind. Boah, was wir machen. Katapult, wie gut. Oh, ich freue mich drauf. Ich freue mich jetzt schon drauf. Das wird richtig gut. Die Knöchelfalle, die müssen wir vielleicht auch aufbauen, dass sie erstmal hängen bleiben. Beinhalter, siehst du. Auernd, aber einiges. Sprungbrett, da fliegen die erstmal weg. Laufband. Da habe ich ja natürlich auch Bock drauf, ne? Da haben wir schon ein paar Sachen da. Den Motor, den müssen wir noch bauen. Die Betreibung. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen forschen müssen morgen. Da gehen wir morgen ein bisschen forschen. Da haben wir auch einiges wieder gefunden. Wenn ich allein hier reingucke, Bücher und so weiter. Die haben wir noch gar nicht alle genommen. Das müssen wir auch zusammenpacken. Der passt. Da freue ich mich drauf. Ihr Lieben. Beleuchtung muss auch rein. Danke. Bis zum Schauen. Ciao. Ciao. Ciao.